Max, du musst jetzt ins Bett gehen. Max, es ist Schlafenszeit. Mann, ich will auch mal noch spielen. Boah, mein lieber Freund, mir reicht's jetzt. Ich hab die Nase gestrichen voll davon. Jeden Abend mit dir rumzudiskutieren, ab heute ist Schluss damit. Wenn du nicht machst, was ich sage, wird nachher sofort das Licht ausgemacht. Und du brauchst nicht glauben, dass du danach lesen darfst. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Max, bist du immer noch nicht fertig? Hör mal, wenn du nicht sofort deinen Schlafanzug anziehst, dann... Weißt du was? Dann kannst du das mit dem Kino morgen vergessen. Na, hast du das Ruder hier nochmal rumgerissen, hm? Nicht allzu sehr getrödelt. Dafür darfst du jetzt noch ein bisschen lesen. Aber in zehn Minuten komm ich und mach das Licht aus. Und Max, ich möchte, dass das morgen besser läuft. Ich hab keine Lust, mir dich anzutreiben. Ich hab keine Lust, mir dich anzutreiben.